Ja, ihr wundert euch bestimmt, wieso ich jetzt hier bin, obwohl die letzte Folge auf der anderen Seite aufgehört hat. Und das liegt daran, dass ich das hier gerade eigentlich in einer Session mache, aber ich irgendwie da irgendeinen Mist gemacht habe, dass die Aufnahme unterbrochen hat. So schön, oder? Ja. Wir waren eigentlich schon mit dem Level durch. Yannick hat gelogen, weil ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Hä? Hä? Toll! Muss ich das Holz mitnehmen? Ich hole wieder eine runter. Kann ich das ziehen? Das ist nicht mehr. Es hat so lange gedauert. Ja, wir brauchen das Holz. Schade, oder? Ich sehe hier keine andere Möglichkeit. Du vielleicht? Oder? Naja, dann seht ihr es ja doch nochmal. Und nochmal eine Stunde darum fundieren. Soll ich? Hoffentlich weißt du noch, wie du es gemacht hast. Du kannst es ja mal probieren. Weil ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Soll ich? Ich krieg's auch nicht. Kann ich hier irgendwo festknoten? Hallo? Nicht, dass ich hier was übersehe. Also wir müssen das dann knoten, bevor du damit es also ich mach's locker. Und viel Spaß dabei. Aber es könnte sich um Stunden handeln. Wir wissen es noch nicht. Das war echt eine Fummelarbeit. Aber naja. Jetzt seht ihr es nochmal. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Aber du hängst auch da schon dran. Du musst ja einen Knoten. Jetzt zieh mal runter. Du brauchst den Knoten doch. Ich will es mal anders verbluten. Mach's so, wie es am schnellsten geht. Ich will versuchen, wenn ich auf dem Ja, dann musst du den Knoten machen. Ich glaube, du darfst noch nicht den Knoten jetzt machen. Mach den mal am Ende. Weißt du, was ich meine? Weil deswegen konnte der eben nicht so gut treiben. Ja, wenn ich am besten so treibe. Ja, wenn du weit hinten bist. Also fast am Ende angekommen. Nein. Oh ja. Halt bloß den Knopf gedrückt. Du musst erst mal dich rübertreiben lassen. Versuch erst mal einfach auf die andere Seite zu kommen. Musst du erst mal Wasser machen. Schade. Ich sag dir dann, wenn du einen Knoten machen musst. Ja? Oh, schade. Klappt manchmal nicht gut. Und wir haben das so lange gebraucht und dann hat's nicht aufgenommen. Jetzt seht ihr es wenigstens nochmal. Ja. Bleibt er erst mal kurz stehen. Okay, jetzt langsam versuchen rüber zu treiben. Nicht so hoch. Was machst du? Als ob du das so beim ersten Mal als ob wir das so gemacht haben. Du musst das schon volllaufen lassen. Ganz normal rüber erst mal. und weitere fünf Stunden. Ich glaube, du musst eher auf die nach da, damit es nach da treibt. Eher nach hier gehen. Jetzt loslassen, rüber gehen, knühen, oder? Nein, wir haben ein bisschen beim letzten Mal gemacht. Wir müssen das Wasser oben lassen, sonst kommen wir ja da drüben nie an. Du musst das Wasser ganz voll auflassen und in der Zeit drüber treiben auf dem Stück Holz. So, jetzt haben wir uns nochmal überlegt. zieh dich hoch. Kannst du eh ab. Scheiß Boot, ne? Weil das auch weil Holz auch so leicht treibt, Alter. Da ist auch keine Strömung drin. Können die mir gar nicht vormachen. So eine Scheiße. Alter, runter, weiter runter. Das ist voll, ne? Ja. Ja, es geht ja nicht mal rüber. Ich hoffe, Freunde, ihr habt Zeit mitgenommen. Wenn, könnt ihr zur nächsten Folge erzählen, die dann immer noch stattfindet. Das ist wieder so ein Kinderspiel. Ein Arsch. Schöne Scheiße. Wir müssen das, glaube ich, schon vorher festknoten. Was für eine Scheiße. Krieg ich schon wieder Aggression, Alter. Man kann die Scheiße auch nicht straff halten, Alter. Ja, super. Arsch. Die kaufen mir gleich einen Bau, ich fälle gleich den Baum, Alter. probiere einfach normal rüber zu kommen und dann im letzten moment wenn du drüben bist und es hoffentlich noch hoch genug ist noch das ding zu schnappen müssen noch sterben nein nein du hast dich zu wenn du merkst es geht in die richtung hör auf da das ding zu ziehen jetzt ich kann grad nicht spielen weil sonst weiß ich schon dass ich richtig genauer nein 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 naja was ist er denn für n Du musst das auch manchmal, glaube ich, straff ziehen, so. Dass das unten bleibt. Ich schwöre, ich schmeiß da gleich einen Stock. Alter, ich raste schon aus, wenn ich mal spiele. Ja, ist so. Zieh's hoch dann, Alter. Ja, versuch noch mal so hochkant zu machen. Toll, das ist ja kackt. Nix kanze. Was ist das? Ich darf nicht mehr hoch. Der Hebel darf nicht so hoch. Super. Wir müssen... Das geht so nicht. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Ja, ja, ja. Mach mal so und knote jetzt da mal. Aber du darfst... Du musst... Jetzt mach da einen Knoten, mach da einen Knoten. Ja, zu spät. Nee, wir müssen erst oben einen Knoten machen. Scheiße. Aber das muss die ganze Zeit hier bleiben. Ich raste aus. Aber wir müssen das oben erstmal einen Knoten, damit das nämlich zusammenbleibt. Ja, aber... Das muss wieder hoch. Ja. Zieh dich dran hoch. L2. Und jetzt runter. Das... Das Holz muss an der Wand bleiben. Du musst also nach ganz außen, sozusagen. Und dann, wenn du auf der Höhe bist, musst du es hier Knoten. Die Schnur. Damit das nämlich unten bleibt. Muss ich erstmal ein bisschen hochziehen? Ja, aber nach außen, nach außen. Sonst bleibt es nicht an der Wand. Hier oder aus? Ja. Lass so. Lass so. Ja, du musst versuchen, da dran zu ziehen, damit das Wasser... Ja, das bleibt einfach stehen, wenn du in die Richtung treibst. Nein, bewege dich doch nicht. Ja, ich hoffe, du schaffst es jetzt. Noch einen Knoten zu machen. Und zu springen. Ja, im Arsch, Alter. Oh, noch gestorben, ey. Ich raste aus. Das bleibt mir nicht. Nee. Kann ich nicht mehr ruhig bleiben. Das bringt nichts. Macht er lieber den Knoten schon. Runter. Du musst wirklich an der Wand bleiben. Bleib einfach... Das Holz wird schon irgendwann zurücktreiben. Es darf nicht so weit hoch, der Hebel. Der Hebel darf nicht so weit hoch. Das springt... Schön. Verstehst mich auch manchmal nicht, habe ich das Gefühl. Ich gehe gleich aus dem Raum raus, Alter. Komm wieder, wenn du es geschafft hast. Weißt du was? Üb erst mal, daran zu ziehen und das Holz... an der Wand zu lassen. Das ist so blöd. Das ist so blöd. Ich raste gleich aus. Keine Ahnung. Versuch es zu schaffen, Alter. Bester Tipp. Schaff es. Das ist einfach volllaufen. Versuch es so weit wie möglich. Yes. Yes. More water. Bloß nicht springen, Alter. Was machst du? Geht von alleine. Ich mache gar nichts. Ja, dann musst du versuchen, das zu ändern. Nicht springen. Springen chroniert immer alles. Auf zu springen. Fünf so. So. Oh ja, oh ja. Und dann lässt du ein bisschen Wasser ab. Und da einen Knoten machen. Schnell. Aber auf dem Boot bleiben, wenn es geht. Ja, tschüss. Halt es wieder fest. Was machst du da? Ja. 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 Tschüss. Ja. Ja. Nein. Rauf, 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 rauf. Hol das Wasser. Hol das Wasser zurück. Hol das Wasser zurück. Hol das Wasser. Nein, 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 nein. So, jetzt bräumen wir es. Hör auf mit dem springen. Das macht immer alles kacke. Scheiße. Ja. Ja. Hoi, 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 hoi. Oh. Hör auf mit dem Mund. Hör auf mit dem Mund. Machen Knoten! Machen Knoten und spring! Ah! Ah! Zieh das Holz! Ja, aber da hinten ist noch ein Knoten! Zieh das Holz! Zieh es hoch! 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 Komm! Nein! Zieh es hoch! Das ist jetzt glaube ich schon verloren. Warum ist da so eine Spannung drauf? Es hat eben voll rot geleuchtet, ne? Ja, weil es sonst vertrocknet. Ja. Ja, ist vorbei! Kriegst du es nicht mehr hoch! Dann darfst du es nicht mehr hoch! Du musst es nicht festknoten. Sondern musst du es nur mit R2 gehalten. Gehalten? Komm mal hier etwas andersrum. Ist das besser? Vielleicht beim Ziehen. Ziehen tue ich mit R2. So kannst du das Holz dann vielleicht dran ziehen. Mach das... Keine Ahnung. Du musst den Knoten da oben lösen. Schieb das Holz hier ran. Schieb es einfach nochmal ran, um auf der Rand zum Scheiße zu ziehen. Hoch! Schnell! Hol's! Hol's dir! Na, so natürlich nicht! Das musst du holen. Wie eben, ne? Die ganze Zeit. Nur ohne da oben Knoten zu machen. Sondern einfach nur das... Und dann schnell runter seilen. Keine Ahnung. Klebt wahrscheinlich eh nicht. Was war das? Du musst auch schon mal warten, bis es richtig voll ist. Und es funktioniert sowieso gar nicht. Vielleicht bleibt das Holz ja jetzt dann an der Seite. Und dann kannst du es da kloten. Knoten. Ich. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Zieh das... Ich zieh es irgendwie. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Nicht sterben, nicht sterben. Ich schwöre dir, wenn du stirbst, schlag ich dich. Live. Vor dem Mikrofon. Ich raste gleich komplett aus, Alter. Ja, ne halbe Stunde am Machen wieder, Alter. Weil wir da runterspringen mussten. Ja, weißt du? Und dann ist man da. Mit dem Holz. Und die Scheiße funktioniert nicht. Weil das da geknotet ist, Alter. Am Arsch. Ich schlag euch. Ja, keine Ahnung. Ich raste aus. Ist einfach so. Ja, zieh dich hoch, wenn du stirbst, hab ich dir gesagt. Was passiert? Ich raste gleich komplett aus. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Versuch mal das Holz wieder umzudrehen. Das ist nämlich so noch beschissener, Alter. Was machst du denn da? Ja, Jani wird dich verarschen. Meinst du, wir schaffen das da hochzuziehen? Irgendwie das Holz? Wenn du... Mach den mal ab, den Knoten. Ja, und wenn wir dann irgendwie... Wenn wir schon was... Und das Holz dann da hinziehen. Und dann... Keine Ahnung. Ich raste gleich aus, wenn es nicht funktioniert. Janik. Bleib am Leben. Ich raste gleich aus. Gib die Scheiße her. Nee, dann flippst du noch mehr aus. Ja, dann schaff es lieber. Hab ich einen Controller weniger. Vielleicht dann irgendwas im Zimmer auch noch weniger. Ich glaube auch halt, es gibt nicht die eine richtige Lösung. Entweder schaffen oder am Arsch, Alter. Und wir sind halt am Arsch. Ja, bitte. Bleib ruhig, bleib ruhig. Lass bloß nicht los. So, voll. So, warte. Zieh, zieh, zieh. Ich zieh doch. Ja, dann zieh besser. Knote das da. Ja, nicht da. Ja, zieh, zieh. Zieh, zieh. Zieh. Ja, zieh das Holz hoch. Alter. Ja, jetzt ist eh zu spät. Zieh den lieber mal. Da das... Das merkst du selber, ne? Ja. Ja. Ja, daserez... Ja, da gehört das. Ja, das ist ja. Ich bin sehr süß Müller. Ja, das ist ja zu spät. 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 Niedrig mit niedrigem Wasser hier und dann volllaufen lassen. Ja, so hat das auch geklappt. Und dann hat nur uns der Knoten am Arsch gemacht. Das ist nicht niedrig Wasser und das ist nicht auf die andere Seite. Du machst nur wieder Scheiße. Schön. Ja, ja. Mach's auf. Mach voll die Bude da. Ich versuch das Holz auf. Eine Seite. Irgendeine Seite. Zieh, 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 Junge. Bist du so dumm? Ja, ja, ja. Nein, und du stirbst da. So, Janik. Nein, Spaß. Ich hab mir nur in die Hände geklatscht. Und nämlich geprügelt. Nee, weiter. Ist ja nicht so, dass ich morgens Schule hab. Wir müssen uns jetzt mal einen Plan ausdenken. Ich töte dich. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube, ich habe mich abgeregt, dass ich es auch gleich mal probieren kann, wenn du es nicht bald jetzt schaffst. Ich habe mich abgeregt, dass ich mich abgeregt, dass ich mich abgeregt, dass ich mich abgeregt. Ich habe mich abgeregt, dass ich mich abgeregt. Ich habe mich abgeregt, dass ich mich abgeregt, dass ich mich abgeregt. Ich habe mich abgeregt, dass ich mich abgeregt habe. Nein, 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 ich schwöre, wenn ich jetzt sterbe, wenn ich jetzt sterbe, wenn ich jetzt sterbe! Leck mich am Arsch, Alter. Warte. Nein. Komm doch her.